Mein Name ist Gerhard Eller. Ich habe heute also erfolgreich an der Unibit verteidigt. Das war eine sehr anspruchsvolle Prüfung. Die Prüfer und so weiter waren sehr kritisch, aber sehr fair und ich habe erfolgreich abgeschlossen. Die EdoEarth ist ein sehr kongenialer Partner. Die helfen einem über jeden Weg, auch wenn es ab und zu sprachliche Barrieren gibt. Also ich kann diese Zusammenarbeit mit diesem Team Ilieva und Gospodinov nur empfehlen. Und bei jeder Frage, ganz gleich welche Uhrzeit, ein kurzes Mail, ein kurzes Telefonat und innerhalb von 24 Stunden ist eine produktive Antwort gekommen. Die Promotion, ob das mein Leben verändert wird, das weiß ich noch nicht. Ich hoffe, dass ich auf einem guten Weg bin. Und es ist ein erfolgreicher Abschluss. Ich habe viele Jahre an dieser Arbeit verbracht, sechs, sieben Jahre Forschungstätigkeit und ich hoffe, dass diese Dissertation mein Leben auf anderen Schienen bringt. Wichtig ist fleißig arbeiten, entsprechende Dissertationen erstellen. Und wenn Fragen sind, dann ist das Team von EdoEarth immer zur Stelle.